Oh, was haben wir denn hier? Ja, endlich kommt mal die Bonus-Folge von Black Mirror, dem viel zu, viel zu kurzen Spiel. Wir befinden uns hier in Kapitel 2, wo wir dem Dienstmädchen den Ohren gegeben haben und jetzt hier ihr im Keller helfen. Hier gibt es nämlich eine Stelle, die wir uns angesehen hatten im eigentlichen Projekt, und zwar die hier, also den Tisch und speziell diese Karte hier unten. Das werden wir diesmal nicht tun, denn dadurch haben wir die Möglichkeit, einen alternativen Weg in den Keller zu finden im dritten Kapitel. Wenn ihr euch nämlich noch recht erinnert, haben wir da ja den Schlüssel gekriegt von dem Butler, indem wir halt so ein bisschen erpresst haben, so nach dem Motto, ja, was würde die Polizei sagen, wenn sie da unten die Karte finden und sehen, dass die nicht da jagen, wo sie jagen dürften und so weiter und so fort. Und dadurch haben wir den Schlüssel gekriegt. Was ist jetzt aber, wenn wir dieses Wissen gar nicht haben, um dadurch den Schlüssel zu kriegen? Und das werden wir in dieser Folge, beziehungsweise dem werden wir in dieser Folge auf die Spur gehen. Ich habe das alles so schön gesagt und dann mache ich doch einen Patzer. Egal. Wir sehen uns dann also gleich im dritten Kapitel dann wieder. So, wir befinden uns nun in Kapitel 3. Elisha wurde tot aufgefunden, der Keller verschlossen. Wir waren auch schon draußen und haben das uns alles angeguckt und gemacht und so weiter und so fort, damit, wenn wir nochmal nach draußen gehen müssen, dass nicht alles ausgelöst wird, ne? Angus hat den Schlüssel. Es sei denn, wir kommen anders rein. Ja, diese zwei Varianten. Ich hatte ja auch schon ein Projekt angesprochen gehabt. So, was ist, wenn wir diese Information nicht gehabt hätten, ne? Und wenn wir halt diese Information nicht haben, dann kriegen wir, soweit ich mich erinnere, auch die letzte Errungenschaft, die mir noch fehlt. Sie ist ja nicht gerade der Ordentlichste. Kann ich jetzt nicht mit ihr sprechen? Kann ich mit ihr sprechen? Wir müssen... Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Jaja. Also wir haben jetzt nur noch die Aufgabe, Elishas Leiche zu untersuchen. Angus. Ich weiß noch nicht, wie ich da reinkomme. Ich habe natürlich nicht geguckt, wie ich das mache. Ich wollte das halt mit euch entdecken. Aber natürlich alles in dieser Folge. Und das werden wir doch schaffen. Natürlich. So. Das heißt, wir bräuchten irgendwas, womit wir die aufbrechen können, oder? Das Hackeball, was daneben liegt, das will ja nicht, ne? Vielleicht... Ach, komm ich hier nicht dahinter weg? Okay. Dass er das auch nicht mit sich nehmen möchte. Okay, ich werde einfach mal, ähm... Ich denke, mir mal Angus ansprechen und gucken, was bei rumkommt. Und sonst... Ja, vielleicht ist noch der... Der Werkzeugkasten von Rory draußen. Das könnte natürlich auch sein. Dass ich darüber... Was nehmen müsste. Ach nee, ich wollte erst mal mit den Leuten reden. Und dann kann ich nämlich von dort aus abklappern, Esszimmer, Dings und Bibliothek. Ich glaube, bei uns wird eigentlich sonst... Also in der oberen Tage in unserem Zimmer... Das ist, glaube ich, nichts. Mr. McKinnon, Angus, dürfte ich den Schlüssel zum Keller haben? Dürfen Sie nicht, Sir. Wie Mr. Harrison sagte, bleibt er verschlossen, bis die Polizei eintrifft. Yay, das war sehr erfolgreich. Na, ich hab's mir schon gedacht. Ich kann auch mal gucken, ob... Die Bewohner... Nein, bringt nichts. Okay, dann gehen wir wieder. So, ich hab mich überall im Haus umgesehen. Denn... Nicht wundern, dass ich hier an dieser Stelle bin, weil ich war vorher noch im Garten. Und wenn du vom Garten wieder ins Haus gehst, landest du immer irgendwie... Warum auch immer im Esszimmer. Jedenfalls... Ähm... Hab ich im Haus nichts gefunden. Ich hab draußen nichts gefunden. Ja, ich wollte es ja eigentlich mit euch selber entdecken. Aber ich hab mir eine Sache nicht angeguckt, weswegen ich nicht drauf kam und nachgeguckt habe. Und ähm... Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt gesagt habe, als wir in Kapitel 2 waren, unten im Keller. Also man kann sich den Bereich schon angucken, klar. Das ist möglich, ne. Man muss jetzt nicht zwingend notwendigerweise es nicht tun, weil egal, ob du es jetzt anguckst oder nicht, kannst du auch auf die andere Weise hier in den Keller gelangen. Aber wenn du es halt angeguckt hast, dann fängst du ja sowieso an, mit Angus zu sprechen, um ihn irgendwie zu überreden. Und dann hast du es darüber im Endeffekt bekommen, ne. Und dadurch, dass man sich das im Keller nicht anguckt, hast du halt diese Option nicht und musst auf eine andere Weise das machen. So, was mir nämlich nicht angeguckt hat, war der Speisenaufzug. Ich habe eine Idee, wie wir in den Keller gelangen, aber ich weiß nicht, ob sie Ihnen gefällt. Wenn es dabei um diesen dreckigen Kasten geht, vergessen Sie es. Ja, Sie haben Hilfe versprochen, beziehungsweise ich kann das nicht alleine tun, ne. Ich passe nicht rein. Und sonst wüsste ich keinen Weg in den Keller. Ha, Sie erwarten unter diesen Umständen ganz schön viel Vertrauen von mir. Sie können mir vertrauen. Und ich werde versuchen, mich Ihnen zu öffnen, so gut ich kann. Na gut. Kleidung kann man waschen. Reizend. Ziehen Sie mich wieder rauf! Ich brauche etwas, um die Türen von innen zu öffnen, wenn ich unten bin. Ja, das haben wir gut durchdacht. Okay, ja, dann nimm das von Roys Besteck, würde ich sagen. Weil das konnten wir uns die ganze Zeit angucken. Ah ja, jetzt können Sie es aufnehmen. Ja, warum steckst du das jetzt ein, wenn Sie es verwenden sollten? Da ist der Speisenaufzug. Dass ich den Speisenaufzug nicht angeguckt habe, dass ich nicht auf diese Idee kam. Mann, ich könnte mich schon wieder verprügeln. Ich habe irgendwie erwartet, dass er hier das nicht gibt. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Viel Glück. Dann bis gleich. Dr. Faber? Ist alles in Ordnung? Lea! Wenn ihr etwas zugestoßen ist. Sorgen Sie sich nicht um mich. Ich war schon an seltsameren Orten als diesem Schloss. Kommen Sie. Ja, und jetzt haben wir es alternativ in den Keller geschafft. Uh hey. Yay. Warum läuft sie da lang? Sie liegt doch hier. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die Errungenschaft gekriegt habe oder nicht, ne? Ich hoffe es ja sehr. Naja, okay. Jetzt wisst ihr die alternative Route, um in den Keller zu gelangen. Und die einzige Möglichkeit, um wirklich dann alle Errungenschaften zu kriegen. Weil wenn du das über die Karte machst, dann kriegst du keine Errungenschaft dafür, dass du in den Keller gelangt bist. Aber hier für diese Alternative halt. So, okay. Das war's mit der Bonus-Folge. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und damit ist Black Mirror komplett abgeschlossen. Und ja, war trotzdem ein viel zu kurzes Spiel, ne? Definitiv mehr Potenzial. Okay. Gut. Dann sehen wir uns einfach bei anderen Projekten wieder, ne? Bis dann, dann tschüss. Eure Tai. Bye.